Woraus sind deine Forellen gefangen? Spoon. Kleiner Spoon, großer Spoon. Nee, Spoon ist ja klein. Spoon klein in grün. Ja, drei, vier, fünf Grammar so ungefähr dann. Ja. Und du magst Filets und hast das ganze Werkzeug mit. So, gut, schön. Auch eure Fische. Ja, dann habt ihr Arbeit und Filets. Viel Filets. Gut. Und die Katze kriegt auch einen abhörig. Natürlich. Die bekommen wir als allererstes. Allererster? Ja. Die haben es gut. Und wir essen die Reste. Ja. So soll es sein. Die Reste für den Mensch. Ah, dann gleich. Ah, Vakuum hast du nicht? Doch, hab ich auch. Aha. Das kommt auch nicht. Ah, das hast du da, ja. Okay. Ja, gut.